Siehst du aus? Dann streicht ich. Geht mir auf die Nerven der ganze Treppe. Der eine geht das so. Wer provoziert den Termin? Weisst du, du bist ja schon da. Genug gestritten. Wir klären nun, wer im Recht ist. Und das im Boxrecht. Machen Sie einen langjährigen Streit. Endlich ein Ende. Melden Sie sich jetzt auf atv.at slash bewerben. Wir sehen uns auf dem Blutwesen. ... ...